Herr Müller sehen wir auch, ein alter Routine. Und beim Herrn Schlage, da sehen wir, dass er dort von Kotzinger-Tunzel kommt, ein exzellenter Spargel-Scheller. Er ist praktisch neben den Spargel-Scheller in den Keller. Schnau dich an, lehn dich zurück, wenn ich jetzt auf die Tube drüchte Schweizerdüten im Schweizer-Tack. Der Kämpf ist langsam angesagt, dass es Schweizerdüten im Schweizer-Gruz Der Müller ist fertig, nicht sehen! Seine Spargel-Scheller, oje! Ein Schweizer-Schritt, da kommt's auch vor, ein Schweizer-Richt Das ist ein Schweizer-Beat, voll armen Schick! Der Müller ist fertig, nicht sehen! Der Müller ist fertig, nicht! Es ist gar nicht schön, und auch nicht intellektuell Der Herr Lins hat seine Spargel-Scheller, Harald Freundlich. Du bist sicher, der ist da, Herr Lins hat seine Spargel-Scheller, nicht? Ja, 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 ja! So! Du bist fertig, nicht? 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 Ja, 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 ja! Young man, there's no need to feel down, I say, young man Take yourself off the ground, I say, young man Cause you're in a new town, there's no need to be a happy, young man Take yourself off the ground, I say, young man Der Herr Lagerner hätt's clever gemacht, weil er weiß, dass die Spargel, die die Prominenten geschält haben, dürfen sie mit nach Hause nehmen. Müssen selber essen! Und dass es kein Ärger geht, hätte er sie am saubersten geschält. Weil Herr Lins gibt ein paar unsaubere Wachenschaften, die er aufgeführt hat. Das ist der Geschäftsführer vom Kanal Rade, der Herr Hübschmann, alle anderen sind Zweiter. Und jeder bekommt einen Punkt Spargel für uns, geschält, damit es zuhause ein Ärger gibt. Und der Sieger bekommt einen Flasenbeck noch dazu.